Wir fingen im ersten Sammel, saßt hier versäumen. Dort fingen wir den letzten Tag im Vers, dass der Mensch, der sieht, was verurteilt ist, aber Gott schickt ihn in das Hort nehmen. Und das ist, was wir sehr klar fingen, in unserem Leben auch. Ich mag das, wenn ich mit Seilen schaffe, und so schwindelst ich ihm an die Sünde noch ein Drecken da. Dort ist, wo er das Hort schlitten hat. Zünde tun wir an uns. Wenn wir sind, dann haben wir eine Weide. Und wenn andere an mich sind, dann haben wir eine Weide. Und wenn wir mit diese Zünde willen rumklaufen, dort schafft ein bisschen so, wenn du ein Mensch an seine neue Wunde rumklaufen ist. Wir brauchen das rein zu machen, oder Gott hat das rein zu machen, soll ich sagen. Aber wir brauchen nicht unbedingt an die Wunde rumklaufen, um die Seil nach Christus zu bringen. Das ist viel besser, wenn Gott selbst die Wunde reinmärkt hat, als wenn wir das versichert zu tunen. Und das ist ein großes Geheimnis, was ich in der Seil in der Seil soll arbeiten, dass wir so checken, als Gott checken hat, wenn wir in der Seil raten wollen. Wir brauchen das Fleisch, das Oergelicht, das Oergelicht wegzudrehen, um das Geisel die Oergelicht zu nehmen, und Gott seine Oer zu bringen. Hier habe ich ein Bild gemacht, was ich bringen, um das zu erklären. Die Mensch, die checkt, was vor Augen ist, so wie diese Person ist. Ich habe das Bild, was ich in dieser Klasse meiner mal bringen. Ich brauche das Tier zu sein, das beißt aus ans Fleischelgeteck. Das schafft endlich so ein beißt, wo wir damit sind. Und ans Fleischelgeteck, checkt immer nur den Sinn. Wir checken immer negativ an die Dinge an. Und das wird viele Menschen, die checken an die Sünden an, wort der Mensch, der tun wir das schaffen. Wir würden gleich in dem Sinne sinderlos zu reden. Und daraus, weißt du, das schafft, kriegst du es, wenn ein Mensch schwer hat von einem Arm, du sitzt dort da, und du packst da mit deiner Hand an, wirst du schwer da rüttet. Der Mensch ist recht entbacken, weil niemand war er mit dir zu tun hat. Aber wenn du da noch checkst, was sie in der Weidung sind, und du jaffst zum Wort, was sie in der Weidung sind, was Heilungskraft hat, dann geht das schlimmste weg. Und das ist eigentlich so, dass Gott da noch checken hat. Hier habe ich ein Bild, weil Jesus, die checkt immer die Sünde an die Horde an. Und hier sage ich immer, als uns Menschen bin, der duib in ihrem Horde, da ist wie unsere Sehnsucht nach Gott ist. Da ist wie unsere Verlangen frei zu sein. Da ist wie unsere Verlangen von all diese Sünde schulden von der Weidung los zu sein. Da ist hier eine duib in ihrem Horde, und da ist wie Jesus nicht checkt hat. Er checkt die Horde an. Und wir fingen noch ein, was wir in Hebräer auch verstehen, was 12 fingen da unten. Ich war dort durchgehauen. Da sage ich dort, dass Gott will ein neues Testament machen. Er wird ein neues Bund machen mit seinen Menschen, was er beteilt ist, was er erst wäre. Erst dann hat er das Bund da, dass er gesagt hat, dass er uns den Sinn wiesen. Ja, und das Charaktie ist dort von der anderen geschaffen, dass er das wiesst, wo er Sinn ist. Der Mensch bewiesst das. Wenn er weiß, dass er das ist. Und hier sagt er, er will ein neues Bund machen. Er sagt, er will ein neues Testament machen mit dem Haus Israel, nur das er durchsagt. Er sagt, er will mein Gesatz und sein Sinn nennen und an sein Wort will ich das nennen schreifen. Er will den Gott sein und dies als mein Kind sein. So, das ist, was hier passieren wird. Jesus selbst, der ich dort, was heilig ist, er gedauert hat für uns, er ist dort mehrlich, dort die diese Gnode an den Horten ankriegen ist, dort die nicht Brüks sind. Und der Mensch, der checkt über die Sünde. Wenn wir alle an die Sünde schaffen, ja, wir sollen die Menschen das in Sinn. aber wir wollen nicht an die Sünde schaffen, wir wollen an sein Hort eine Heilung, eine Radung, eine Lösung, Licht zu bringen. Das ist eigentlich was wir tun, das ist eine sehr sorry Arbeit. Das wir an diese Dinge anbeiden, in den Weichwiesen da haben. Du darfst nicht den Mut nehmen, wie groß die Sünde sind. So, wenn du das die große Sünde betrachten, dann bist du am halben, ein heilschlitziges Toe. Worum? Wenn es dann gleich in den Weichwiesen wo er selbst so lange weit ist, wo er ist. Das kann Jeremia 31, 33, 34, als das seltsche Prophezeiung werden, was wir hier in Hebräer lesen. Dann sage ich da wieder, du soll nicht ein Bruder dem anderen sein, er kann du mit dem Haar haben. Weet ihr, hier ist das Geheimnis an der Seilsreihe zu tunen. Ich brauche nicht die Seil, wo ich halbe will, zu tunen, du magst, das dort tunen, dass du dem Haar finger hast. Was du kannst tunen ist, am das Licht weisen, wo der Tag ist, wo der Tag wird, wo die Lösungen sind, und das kannst du mit dem Wort Gottes tunen. Diese Versprechungen wird Gott hier auf Charaktesversch erklären, dass wir das nicht verbunden, was du tunen hat für dich. Sie werden selbst in denen, wo du wohnen, und Sie werden deine Sünde nicht denken. Das ist, was wir können sagen. Das ist auch der Verlauf der Versch wieder. Sie werden auch genetig sein, ihre Antugenden, ihre Sünde nicht mehr denken. Gott weiß, und Jesus weiß, dass die Ratung hier am Hort verursacht, dass die Sinn nicht mehr Aktion hat an die. Sie werden nicht mehr Worte dabei sein, weil wir das Menschen in den Augen, das ist das Fleisch in den Augen, können wir nicht begreifen. Und das ist eine Sache, was wir wirklich uns nicht mehr zu tunen, und die Person wie das geht, wenn sie dann einmal die umlaufen. Ich habe das so viel gemacht, weil ich mit Menschen schaufe, und sie kommen und sagen, ich habe eine große Trouble. Was ist die Trouble? Ich habe Trouble mit Alkohol, aber ich habe eine Deepa Depression Trouble. Ich habe das zu sagen. Deepa Depression Trouble, ich weiß mich nicht mehr. Ich habe eine große Angst. Und dann sagt er, oh, ja, das ist schwierig. Dann wirst du noch jahre mit der Pilger. Was ist das? Dann knallt er zu. Oder sie, woher ist das? Man soll einem Doktor vor, der soll Pärle brücken? Meist du Brück soll Pärle? Dann knallt er zu. Aber wenn du Opas und Opner hört und hör ich, wo viel Angst du hast, wo sehr du fehlt, das ist mir nicht wichtig. Dachen. Fähr die Menschen dort die jene Worte werden sollen, denn sie werden Gott preisen. So, das ist, was wir aus Seilsäuern können. Wenn wir ans Licht haben, was von Jesus Christus kam, wird es mein Licht. Das ist die Frage. habe ich Licht. Weil, wenn ich nicht habe, dann kann ich nicht dachten. Und nicht habe ich das Beispiel Brücken aus dem Spiel. Ich persönlich habe kein Licht. Aber das Licht, was ich habe, ist das, was Gott, der ich mich dachten will. Ich sehe bloß ein Spiel. So, was mache ich dann? Mein Licht, ist das Licht, was Jesus dachten will an mich, damit er das sein kann. Und dann wird er die woordje sein, was durch mich passieren dann. Durch mich von Gott. Das sind verrichten des Jezus. Und wenn die dachten, das ist die Ursache, dass die mensch antwortet, das fängt an zu dachten, warum, wenn sie mit mir die zu tun. Er fängt an ein Licht zu drehen, das ist noch hoffentlich von mir, weil ich auch ganz an depressions sieht. Ich sehe ganz an Angst. Ich habe keine sichere viele. Ich habe ganz an Angst, wie ich mich. Ich habe bloß Angst. Ich werde nicht merken. Und weet ihr was, die check bloß hierher. So eine Person, die check bloß, nur das beißt. Und das beißt, das ans fleisch wird ich. Wobei ich die Teufel control hat, so ist Gott control und ans nicht. So hat die Teufel control und ans fleisch wird ich. Und wenn wir dort immer checken können, und leider haben, nämlich das wird hier und da. Ich sage manchmal, dass eine andere Dinge, was wir können tun, ist, unsere Sehnsucht. Ich und du, als Seilsorger, wenn wir uns verholen, wir haben auch eine Sehnsucht im Hut. Und um zu denken, dass Gott eine viel andere Sehnsucht hat, zu uns, als wir die haben, dann kann ich auch denken, dass Gott seine Sehnsucht hat, wo er durch den Spiel, was er hat, da gelohnt, nur die nächste Person. Da kann man einmal trocken. Wo darfst du dort? Du gehst in deine Sehnsucht nennen, wo verlangt die die Ratte Sehne von Gott. Und das sollst du verlangen, kannst du deinen Partner geben. Und wenn der Mensch einmal antwortet, der soll einmal antwortet, weil hier ist ein öbner Wort. Hier ist ein Wort, wo er alles nahe nimmt. Er kann nichts sagen, was er aufgeregt macht. Er kann nichts sagen, was er wild macht. Und er kann nichts sagen, was er in den Glauben weggett. Er hat danach geregelt, was er in den Glauben an Gott kann die helfen. Weet, ich habe so eine Stelle, wo er einmal connecte, von hoher zu hoher, hier er auf. Und ich sage, du an die Sehnsucht. Weet ihr was? Want die Sehne, wenn er einmal roh, roh auch. Want die Mann, die er einmal anpackt, pack ihn an. Leve, mir amat, und die loge, was er ist. Ich will ihnen eine Geschichte vertellen, von ein Belefnis. Ein Mann, er kamen und sahen, wie er gerade wird. Und er hat andere Trubbels, nachdem er nicht von los wird. Er scheint mir noch nie. Aber er sahen, wie er einmal gerade wird. Er war in Südbeeren wie er warst. Und seine Freund auch. Und seine Freund hat sich beteilt. Er hat wieder losgekommen davon. Und dann hat er ihm immer aufgezagt. Und er sagte, hey, was du nicht auch hier? Und meine Jahre hat er nicht so viel besser als eerst. Und ich weiß, wie er das ist. Und ich will die bloß sagen, ich sehe noch einmal die Freund. Ich leufe die. Und er hat bloß einmal ein Trick, und ich sage, nein, du kostest ja. Aber ich kann nicht. Und Jana sagt, ich leufe die kost. Ich leufe das noch groß für dich auch. Und er hat nicht, und er hat nicht. Und immer war er, hat er mit ihm gereed. Nur einmal ein Tag, dann sage ich doch, war er zu einem, warum wirst du nicht auch dein Leben ändern? Ich wünsche dir so viel kost. Kann ich dir helfen? Oder dann sage ich zu einem, du wirst allmöglichst durchfallen. Die haben das allmöglichst für eerst. Und dann sage ich, die trekt zu einem, die Freund sagt, weil ich hoffe nicht, die Freund, die Freund, hat mir geholfen, die Freund, kann mich aufbauen. Aber einmal ein Tag, als er war in der Bar, und, sat er drin, allein, bang sich, aber einmal, dass er seine Freund zum Beispiel an der Bar nahe. Ha, denkt er so, nun ist es doch, oder will mein Freund hier in dieser Bar. Er hat sich da so an, und ich sehe, ob er die Freund direkt an der Arm zu gehen. Und dann sagt er, erst wird, arm wir, dann sage ich dir, was hast du hier von dir? Und dann sage ich zu ihm, Freund, weißt du, ich bange mich nur dich. Bianca hat bloß bei dir zu sein. Ich habe so lange einmal hier mit dir zu sein, und ich dachte, ich wollte einmal hier mit dir zu sein. Und dann kommt er, dann kommt er, die bedöner da, fragst er, was er will, sagst er, bring mein Cook. Dann habe ich dann Cook gedrunken, und er hat Schnaps gedrunken. Dann sagt er, ja, du hast du gebrannt. So, dann steht, komm mit dir, mein Mann, das ist eine andere Frau. Das ist eine neue Frau, die ich annahmte. Und er sagt, du hast du gebrannt. Er hat Karakter in der Bar, der ist im Moment, am ihr foot. Und ihr Wort. das ging einem Lach nehmen. Das, ihr Rade Freund, das ging einem Lach in eine Bar und gab Jesus ihn allein. Das ist so, wie Jesus das hat. Und ich will nicht sagen, ihr müsst alle in eine Bar fahren, aber ein Wort zu haben für so eine Person. Das ist, was Jesus hat. Das ist eine Sehnsucht, die von Böwe kommt. Was direkt von Gott kommt. Weißt du was? Matthäus 18, 18, was du sagst? Was wir haben, das ist ihr Läuschen im Himmel raus. Und das ist eine direkte Connection wie an das Freund. Das Mann hat sich da beteilt in eine Bar mit diesem Freund. Das ist, was Gott das Leben hat. So, Hebräer 8, da sagt es, jene Sünde, jene Eierreichtigkeit, jene Antugende, will ich nicht mehr denken. Ich will mein Gesatz in den Horten anschreiben. Was ist das von Gesatz? Oh, es ist ein Gesatz. An meinen Horten anschreiben, es ist Matthäus 5, wo Jesus sagt, du sollst nicht Eierreicht, ich sage, und werne früh begehrt, der hat dem Horten Eierreicht, ja, dort ist ein Gesatz. Wo das noch ein Gesatz, wird er dann endet, dort sind die Früchte des Jahres. Heide hat seine Leib, seine Freude, seine Fried, seine Geduld, seine Sönfmüt, seine Barmherzigkeit, und seine Keuschheit. Dei Schriftteil und Answort nennen. Dort wird der Bähne es. Weißt du was? Wenn dort gesagt, der Bähne es, kann es nicht mehr da sein. Und wenn du den Frieden hast, dann wirst du nicht mehr Angst haben. Und wenn du dort die Freiheit hast, dann wirst du niemals beleidigt. Und wenn du die Geduld hast, dann braucht es nicht eidlich sein. So, das ist ein Ding, was er uns angeboten hat. Und das ist ein Ding, was wir können es alle anbieten, zu trinken, wenn sie es auch nicht versprechen. Sieg dem Sinn, der sie in Horten steht, seine Sünde. Sieg Vertrauen zu trinken, wie er. Das ist das andere Ding. Wenn er anbieten wird, dass du wirklich am Segen des Horten wo er bang und Angst ist, du hast, wo die Heilungsmädel nennen ist. Ich sage manchmal, dass ein Doktor das hat. Das erste, was er veräugelt hat, und dann kommt, jeweils dem das erste Betäubungsstoff. Oh, wie würde es ein, war halb dort. Ich rede mal mal ein Doktor, und er sieht dort, wie er das erste Wort, wie er je wird tun. Wenn es so lange, dass die Menschen angeholt, ein Stief ist, ein Angst ist, für all das, was er erlebt hat, dann schafft er die Blutdruck nicht, dann schafft er die Blutdruck nicht, das Leben funktioniert nicht. Wenn er einmal eine Betäubung hat, wenn er da gelöst wird, dann kann er anfangen zu denken. Und so ist das mit einer Seil. Wenn er da einen das Loch hat, verbistet, dann wird ihm erst mal eine Betäubungsstoff. Was ist das für eine Betäubungsstoff? Weißt du was? Dort ist Licht. Dort ist das Loch rütt. Jezus gleicht die Charaktie zu besten. Du brauchst nicht erst fein werden, für die nicht Jezus jetzt. Dort ist eine Betäubungsstoff für so eine Person. Dann hör ich dir mit ihm, oh, nie, leider, no, da ist noch hoffentlich für mich. Mir hat ein Mensch, einer gefragt, ist für so ein Sinn das mein Hoffentlich? Die Bibel redet irgendwervon, das ist ein Sinn, das nicht verjetzt. Was habe ich dir getan? Ich sage immer, no, der Sinn kann blau trot sein. Jezus wird die Schnee wit machen. Seht das Vertrauen, dass wir am Kurs connecten. Halb am zwischen die in ihm allein. Gehen nicht vor, sondern nur mit dem anderen. Das ist ein sehr wichtiges Ding von Seilsäuern. Dort will wirklich diese Sünde am Blower stoppen. Wer wird ihn nicht in die Binde anloten. Je weiß, was das meint. Wer wird nicht dem anderen seine Sünde an auf ihr Leben annehmen. Wer wird dort rutschicken. Wenn in der Bibel steht, der Gott hat, die Sünde mehr würde in der Bibel das nähen. Das ist ein Plot, die ich sei, was wir fehlfingen daunen. Ich sage immer, wer wird er lohten daunen. Solange es wie die Foss und wie die Ramdrehe daunen, dann hau wieder. Wer wird er besorgt, du bist am ersten Mal haben die Gugel und Haft nicht geschofft und sagt Matthäus 8 hier, da nimmt ihn heim to die. Ja, er wird von sein. Dort wird Matthäus 8 hier sagen, heisst, hier kommen Menschen zu raten. Heisst, hier kommen die zu rechten, hier kommen die seilig zu melken. Wenn wir dort in Betrag nehmen, wenn du und ich aus Seil zu reden, dann werden wir so einen weich reden, dass wir dem Mensch seilig vergaß. Wenn du dort wirst daunen, du hast was Seil zu arbeit im Leben haben. Du hast was Seilig erraten, was Gott durch wird gekonnt. Und es so scheint, dass Gott uns die gelegen hat. Das ist nicht ein Problem. Seil ist erraten, es Licht wiesen, es ist ein Problem, dass es nicht allein hat, was er uns geben hat. Das wird wie beraupen sein. Und das ist wertvoll und wundervoll. Und ich wünsche jeder , wer das hoffen hat, dass die Haare und das kann aufgeben und Licht geben, dass ihr allein hat das Ding zu tun und steht da ein Problem.